Ach, da ist er! Endlich! Oh, da hat der Schneiderung dabei. Einer mit einer Schraube, einer mit einer Hakenkreis. Was auch schwer nachgekommen, aber... Ja, hey! Sieht nicht von mir! Was schwer hab ich? Boah, ich nehm, ich nehm's Ding. Ich nehm's, der Ding? Aber ich nehm's ja, wieder rum. Scheiß nicht, ich lass mich aneinander fragen. Ein Ruckstück hier. Wir wollen uns sehen. Wir wollen uns sehen, was auch bei dir? Ich fahr jetzt genau rein. Wer ist er denn? Wie ist er denn? Ja, dann gehen wir jetzt zum Sport. Boah! Gehen wir an, ey! Schrot! 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 Dann kommt der nächste mal hinten! Scheiß Baumwunsch, bevor ich zwei! Schrot! 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 Ich hab mich da in den Arsch, wann hab ich den Schuhdach gezogen und ein bisschen draufhauen. Da hat er zeigt, dass der andere ist wieder passiert. Das Windschirm hab ich aufgeraht. Der andere ist auch hier. Schau, die Kuh hat sich nicht angreifen. Einer ist Mitte, unten. Dann geht's noch, sage wenigstens irgendein Wort. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich draufhau, also eine draufhaut. Ach so? Ja, heilig. Nein. Nein. Gehst du da mal, willst du da mal irgendwie anders her, oder? Ja, dann soll ich. Schau jetzt wenigstens, krieg ich da nach mir. Super. Das war jetzt gut. Versuch gar nicht, Vorsicht. Ja, ich hab's im Frühstück. Alles schwermäßig? Schon wieder? Immer dasselbe, Kalle. Ja, du weißt sogar. Du weißt. Äh, das Windschirm ist oben bei dir. Hast du ja, Didi. Ja, dann hast du ja... Hast du noch? Ich hab's nicht schruttig zu sein. Okay, jetzt nicht mehr. Warte mal, das noch, oder? Oh! Ich hab's nicht mehr abgeholt, weiß ich gar nicht mehr. Du weißt, was ich euch nicht mehr abgeholt bin. Was ist mein Name? Ja, ich bin. Ich hab's nicht mehr abgeholt, oder was. Ich hab's nicht mehr abgeholt. Ich hab's nicht mehr abgeholt. Wie kann ich eigentlich schwärfen, denn ich bin noch der Todes? Schon schon. Schön, hier mehr. Ja. Ich glaub, ich kann da auch Handicap weiter. Nein, nein, das war's stimmt. Ich soll wieder hochfahren, um gut zu werden. mit durch die stück aber ich die das sind wenigstens er ist schulden ist dort waren Das war nur die Granatenexplozien, die sie da sind. Hast du Bein? Ja, weiß ich. Wo sind die Beine? Scheiße, der Schlimmtypen hat mich gestoppt. Gepfet ab. Einfach in Ewig sind. Jetzt kommt er. Du schützt mich mal ab beim Scheißen, oder? Nein, 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 nein. Ich will jetzt mal einen anderen machen. Einer. Anders Narsch. Anders Narsch. F*** ich brauch's wieder. Und jetzt oben? Ja, ich hab was schon gar. Was ist jetzt die Scheiß-Klassenergrenante da? Ja, man raus, das ist ein Drehloch. Der andere ist jetzt gleich auf. Ja, Narsch. Hey, Narsch. Also, Narsch ist hier nicht. Ja. Der andere ist jetzt oben noch. Den? Nein, der Oberkopf. Boah! Der Oberkopf? Ja. Was hast du denn? Das ist gern geschockt, ja. Ich vergesse einfach. Der Teufel hat. Ja, der Teufel. Hast du Bier auch? Ja. Ja. Ich hab' da oben nicht ganz. Nein. Schade. Der Oberkopf. Feine. Ah, ich nicht, äh. Äh, Granatikon. Also, bist du zu mir gekommen? Alles zu mir. Dann halt auf der E2. Du, äh. Ja, da kommt alles. Dann kommt alles. Dann kommt alles. Dann kommt alles. Brahe, Burschen. Brahe. Was ist denn? Na ja. Ich schiebe ihn, Narsch. Na ja, Narschlepp noch. Ja. Oh, ein anderes übrig, bis er mal da ist. Ah, super schön, da bist du. Gut, Treffpunkt oben. Ja, äh. Treffpunkt. Stopp. Scheiße. Ja, nehm ich das Schwert. Na ja. Bist du hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Ja, dann nimmst du. Den darfst du einnehmen. Äh, super schön, Tresetta. Was steht noch mal? Ah! Sie haben sich immer wieder jetzt sauer, sonst ist der, was den Dauer gestoppten. Ähm. Ja, bitte, halt. Wirst du schon. Mitte? Genau, okay. Hey, aber du kannst es voll schnaupern. Ja. So, halt los, Mensch. Mensch. Weil das einfach ein bisschen droht und droht bei dir. Ja, schön. Das nimmt schon mit hinten. Ja, klar, klar. Ja, der bei dir nicht wissen wohl noch. Der schaut mir aufs Radar. Kannst du den Ligerina? Wer, 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 wer? Habt ihr dich gesehen? Wahrscheinlich schon, oder? Am Radar. Ja, schon. Ja, schon. Da hab ich nicht gesehen. Eigentlich am Arsch, ich bin ja zwei. Warte, fünf Sekunden. Aber ich hab halt zwei eh nicht. Wo ist denn noch ein anderer Peppi? Oh, jetzt muss ich dir nicht. Ich schicke. Ah, der andere Peppi. Ich hab getrunken. Ja, ich hab die. Na, also. Alter, kommt an der der. Keiner rei. Ciao, zum Schluss bin ich dann doch noch aufgaben. Das könnt ich doch ein Handicap. Ja, okay, lustig. Ich finde, dass der Simon leichter nicht da sollt und mir dafür jeweils eine Stufe weniger. Wie eine Stufe weniger? Ich hoffe, ich kannst... Alle, alle sind noch eine Stufe weniger. Äh, mehr. Ja. Also, der noch ist keins und ich hab das immer noch leicht zu tun mittels. Genau. So, vielleicht gehen wir mal gescheißig. Eigentlich ist es scheißegal, weißt du, weil wenn man... ... und dann wird der Nosse Wingerlern auch da. Das geht auch. Mach mit Schiffs. Gib ihm Schluck. Nein. Nein, mach auch. Nein, aber scheiße. Gib ihm Schläger auch. Das ist eine... Ich bin so schwul, echt. Mach einfach Schläger. Hey, du? Nein. Ich will nicht Schläger. Ich will nicht, Oldboy. Ich schon.